Servus und Willkommen wieder bei mir an Bord. Mal wieder unterwegs, wie soll es anders sein mit Seda Rides, da es heute so kalt ist mit der GS, es soll auch nicht recht viel wärmer werden, zumindest nicht da wo wir hinfahren, denn wir sind auf dem Weg zum Schläge als Stausee, schauen wir mal vorbei, können wir vielleicht ein paar coole Aufnahmen machen, ja, das habe ich jetzt vor und viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.